Morgen, guten Morgen. Heute sieht das ja nicht so rosig aus. Heute ist Montag, der 11. So habe ich, jetzt ist es ja wieder blauer geworden. Da habe ich auf jeden Fall für 14. mein Flug geklärt, dass ich von morgen dann nach Jerusalem zurückfliege und bis zum 13. bin ich hier. Dann werde ich ein Bus-Ticket nehmen, so dass ich Stadtbahn 4 Uhr fast am Flughafen von Tirana wegfliege. Erst mal Kaffee trinken, Augen aufmachen. Tönen, Augen aufmachen. Ein Blick auf den Bildern. Da war ich kassier, Augen aufmachen. Mama hat neben mir zur Oberfläche. Ich sch 연�ими in die Seine. Ich schlafe ein, das Wasser mit in die Seine. Hochschule und die Sanchau zu dir. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.